Hallo, Monsieur Lane. Ah, die entzückende Nicole Collard, unsere investigative Reporterin. Womit kann ich dienen? Ich hatte gehofft, ich würde sie erfinden. Für schöne Damen wie Sie stehe ich immer zur Verfügung. Henri ist tot. Das muss für Sie schwer gewesen sein. Ja, ich werde ihn sehr vermissen. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Der Verlust ist schwer zu ertragen, selbst für einen Mann mit meiner inneren Stärke. Was wissen Sie über den Besitzer von La Malediction? Das war Henri's Sache. Er hat das Gemälde aufgetrieben und mit dem Besitzer verhandelt. Könnte sonst noch jemand etwas über den Besitzer wissen? Unwahrscheinlich. Gerade bei diesem Bild war er sehr diskret. Aber er hatte für jede Ausstellung eine Exponatliste. Ich schreibe eine Fortsetzung der Story über den Diebstahl in der Galerie. Ah, Sie brauchen also Insiderwissen vom Fachmann. Sowas in der Art. Die Polizei ist in der Galerie fertig. Wir könnten uns im Büro unterhalten. Da ist es viel bequemer. Viel intimer. Vielleicht könnte ich sogar eine kleine Flasche Champagner auftreiben. Vielleicht später. Ich muss erst noch was erledigen. Dann vielleicht nächstes Mal? Na, danke. Sie erwähnten diese Exponatliste. Wie könnte jemand da mal einen Blick reinwerfen? Dieser jemand könnte im Büro nachschauen, wo Henri seinen meisten Papierkram aufbewahrt hat. Das Geheimversteck. Wie war das mit der Galerie? Natürlich, meine Liebe. Wir können gleich hingehen, wenn Sie wollen. Das klingt prima. Wir können meine Tochter bei einem Glas Champagner besprechen. Ein kuscheliger Plausch mit Lane war das Letzte, was ich wollte. Aber er war meine beste Chance, mich mal ein wenig im Büro umzusehen. Worauf warten wir dann noch? Das kann ja lustig werden. Alles unverändert. Oh, mein Blutfleck ist weg. Nach Ihnen, meine Liebe. Hier ist das Versteckchen. Das Zimmer ertrank fast der Müll. Es würde nicht leicht werden, zu finden, was ich suchte. Als Lane sich hinsetzte, lugte etwas zwischen den Polstern hervor. Es sah aus wie eine Mappe. Was auch immer das war, die Polizei hat es übersehen. Kommen Sie zu mir auf die Couch. Ich wäre jetzt soweit. Sie würden doch sanft mit mir umgehen, nicht wahr? Oh, ich bin niemals sanft, Monsieur Lane. Oh, oh. Bitte nennen Sie mich Hector. Können wir daran rumspielen? Henri besaß eine Statue von sich selbst, im Stil eines römischen Imperators. Das war narzisstisch und etwas beunruhigend. Ich würde das Feigenblatt nicht anpacken, solange Lane zusah. Okay, wollen wir... Na gut, lassen wir es zu. Lane hatte die Mappe nicht bemerkt. Bei der dicken Polsterung, kein Wunder. Die einzige Art, da ranzukommen, war Lane abzulenken. Okay, warte, was haben wir denn alles hier so? Okay, wir können eigentlich mit nichts akkieren. Wir können jetzt ihn ansprechen, klar. Uh, lecker Apfel. Äh, da haben wir nichts. Ich meine, jetzt da zu greifen, würde wenig Sinn machen. Wenn ich da rüberlangte, würde ich Lanes Bein berühren. Könntest du doch machen. Monsieur Lane? Bitte, Hector. Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Was wird jetzt aus diesem Laden? Das entscheidet Henri's Witwe, die Ernste. Vielleicht bringt sie es nicht übers Herz, mich vor die Tür zu setzen. Ach, da bin ich zuversichtlich. Können Sie mir irgendwas über das Gemälde erzählen? Es war ein absolutes Vergnügen, es zu finden, ein unentdecktes Juwel. Es ist zweifellos ein fantastisches Gemälde. Was können Sie mir über seine religiöse Bedeutung erzählen? Natürlich steckt in dem Bild auch viel religiöser Symbolismus. Das zentrale Element dabei ist das Heiligen Pantheon. Oh, Hector, vielleicht bieten Sie mir ja auch ein Glas Champagner an. Aber natürlich Champagner, der Balsam der Natur in schlimmen Zeiten. Oh, ja. Oh, ja. Äh, mit ihm reden? Auf neue Freunde. Auf die Liebe. Ach, ja, klar. Oh. Oh, mon Dieu, ist das kalt. Ach, ich Dummerchen. Tut mir ja so leid. Ich muss das nur kurz abtrocknen. Keine Bange, meine Liebe. Cheerio, Sophie. Hab ich gerade irgendwie bekommen. In der Mappe war eine Aufstellung aller Gemälde in der Ausstellung. La Malediction musste dabei sein. Da war es. Und daneben stand der Name des Besitzers. Medovsky. Die Polizei hatte die Mappe wohl nicht entdeckt. Ich steckte sie zurück. Ich hatte, was ich für meine Story brauchte. Monsieur Lane, vielen Dank für alles. Aber ich glaube, ich höre meinen Chefredakteur rufen. Ma, Cherie, kein Grund schon zu gehen. Das war doch nur etwas Geklecker. Etwas später. Und ich habe herausgefunden, wer offenbar der Eigentümer von La Malediction ist. Ein Kerl namens Medovsky. Klingt russisch, oder? Medovsky, du meine Güte. Wer ist das? Er ist der Neue im Oligarchen-Club. Frisch aus Russland nach London gekommen. Mit Ehrgeiz und einem Ruf als Schlechter. Nico, das ist nicht mehr deine Gehaltsklasse. Ich werde einen erfahreneren Kriminaljournalisten auf die Story ansetzen. Ich kann es mir nicht leisten, dass du verletzt wirst. Ganz ruhig, Ronny. Das ist meine Story. Da bleibe ich dran. Wir können uns ja morgen beim Mittagessen darüber unterhalten. Okay. Aber unternimm erst mal nichts weiter. Bis morgen dann. Ronny traute mir diese Story nicht zu. Aber ich würde nicht zulassen, dass er sie jemand anderem gab. Ich würde schnell handeln müssen. Komm rein. Hallo, George. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, ich störe nicht, wenn ich einfach so reinplatze. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du voran? Ganz gut. Ich habe die Waffe gefunden, die bei dem Raubmord verwendet wurde. Ich bin beeindruckt. Echt? Naja, Navette eher weniger. Er hat mich beschuldigt, ich wolle die Waffe da verstecken. Und ich sei in den Mord an Henri verstrickt. Und dann schickte er mich hinter Gitter. Er hatte natürlich nichts in der Hand, also musste er mich heute Morgen wieder auf freien Fuß setzen. Ach so. Aber er ist sicher, ich war's. Wenn ich jetzt nur mal in der falschen Tonart huste, sperrt er mich gleich wieder ein. Ansonsten habe ich eine unglaubliche Story für dich. Eine lange Geschichte später. Annette, die Managerin von Vera Security, hat gelogen, was den Eigentümer der Firma angeht. Als ich den Brief zusammensetzte, fand ich einen Namen. Medovsky. Medovsky? Das ist der gleiche Kerl, der sagt, er sei der Eigentümer von La Malediction. Was? Ihm gehört das Bild und Vera Security? Er muss hinter diesem ganzen Schwindel stecken. Das sagst du. Aber wir müssen sicher gehen. Ich kann in dem Bett nicht schlafen. Ist mir zu weich. George, das ist Senor Marquez. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also dieser George, was? Ich habe Senor Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht. Offenbar ist er der wirkliche Eigentümer von La Malediction. Bitte? Ich dachte, das Bild gehört Medovsky. Senor Marquez behauptet, das Gemälde sei seiner Familie im Spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wirklich? Gibt es irgendwelche Beweise? Senor Marquez, könnten Sie ihm bitte das Foto zeigen? Oh, wir dürfen jetzt... Oh, cool. Das ging nämlich beim letzten Mal nicht. Klar, da ist das Bild. Das Bild da an der Wand ist definitiv La Malediction. Es gehört in meiner Familie, also gehört es jetzt mir. Auf dem Kamin Sims standen zwei Statuen auf Sockeln. Okay. Das war ein herrlicher Kamin. Wie können wir beweisen, dass Sie das Kind auf dem Bild sind? Die Zeitangaben würden passen, George. Wer ist das? Meine Mutter. Eine gute Frau. Eine Heilige. Wer ist das? Mein Vater. Als sie uns 1838 holen kam, konnte ich mit meiner Mutter fliehen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft. Wenn das Gemälde wirklich in den 30er Jahren gestohlen worden war, hatte Medovsky keinen legalen Anspruch darauf. Aber wie kann ich sicher sein, dass Sie der Junge auf dem Foto sind? Ich kann es beweisen. Schauen Sie sich meinen Vater auf dem Foto an. Sehen Sie das Medaillon, das er umhat? Er gab es mir kurz vor seinem Tod. Dieses Medaillon ist seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Ah, auch die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Hm, das ist definitiv das gleiche Medaillon. Eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Das Symbol ist auch auf dem Gemälde. Das ist der Ouroboros. Der was? Der Ouroboros. Er ist ein Symbol meines Volkes, meiner Familie, meines Glaubens. Der Gnostiker. Mein Vater war ein Anführer der Gnostiker. Und La Maledictio ist den Gnostikern heilig. Daher zeigen beide den Ouroboros. Ein Priester, den ich getroffen habe, hielt das Gemälde für ein Werk des Teufels. Etwas Böses. Ha, klar, dass der das sagt. Glauben Sie nicht alles, was Ihnen die Kirche erzählt. Was auch immer Sie glauben, das Bild gehört mir. Wenn Marquez der wahre Eigentümer von La Maledictio war, hatte Medovsky keinen legalen Anspruch darauf. Könnte schwer zu beweisen sein. Aber wenn ich es schaffte, bräuchte meine Versicherung nicht zu zahlen. Wenn das Gemälde Ihnen gehört, wie kommt es dann in Medovskys Besitz? Die Faschisten haben es gestohlen. Es kam über Madrid nach Berlin und nach dem Krieg dann nach Moskau. Danach blieb es verschollen. Bis jetzt. Wir müssen mit diesem Medovsky reden. Aber wie finden wir ihn? Das ist aber, puh, nicht ganz so ungefährlich, ne? Hallo, Nico. Ja, George? Fassen wir mal zusammen, was wir über den Dieb wissen. Na gut, also, er hat eine auffällige Tätowierung auf dem Arm. Und auf seinem Helm steht Groß Waterloo Motors. Nicht gerade reichlich. Auch London. Wie, Medovsky. Du sagtest, der Dieb hatte eine Tätowierung. Auf seinem Arm. Ein toten Kopf mit gekreuzten Knochen und dem Schriftzug Headhunters darum herum. Okay, wieso bricht es jetzt das Gespräch ab? Nico. Ja? Was weißt du über diesen Medovsky? Ronny meinte, er sei gefährlich und sehr reich. Er behauptet, der Eigentümer von La Malediction zu sein. Und ist offenbar auch der Chef von Vera Security, die das Gemälde beschützen sollten. Ist irgendwie logisch. Um etwas zu stehlen, lässt man sich am besten anheuern, um darauf aufzupassen. Aber warum sollte er ein Bild stehlen, das ihm schon gehört? Eben. Wir müssen mit diesem Kerl reden. Dazu müssten wir ihn erstmal finden. Das ist nämlich der Punkt, den ich auch so merkwürdig finde. Warum sollte jemand sein eigenes Gemälde stehlen? Versicherungsbetrug? Aber wieso bringt er dann Henri um? Ich bekomme den Eindruck, dass Henri irgendwie darin verwickelt war. Ich habe die Waffe, mit der Henri erschossen wurde, bei Vera Security gefunden. Wenn Vera wirklich Medovsky gehört, bedeutet das, er kennt den Mörder. Annette kann es nicht gewesen sein, aber irgendwas hat sie damit zu tun. Waterloo Motors ist also eine Werkstatt in London? Nicht wirklich überraschend. Ja, ich habe dir ihre Telefonnummer geschickt. Da bin ich mal gespannt, was das bringen mag. Waterloo Motors? Hi. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist George Stobbart. Ich ermittle in einem Mordfall hier in Paris. Was hat das mit uns zu tun? Okay. Der Mann, den wir suchen, trug einen Helm mit Waterloo Motors drauf. Ach ja. Das ist ein sehr beliebter Helm. Sie wissen wohl nicht zufällig, wer ihn alles gekauft hat? Da bräuchte ich schon etwas mehr Info, Mann. Der Killer hatte eine Tätowierung am Arm. Sie lautete Headhunters. Oh, den Kerl kenne ich. Ja, der ist kürzlich in den Helm hier gekauft. Fantastisch. Wissen Sie, wie er heißt? Nö. Er bringt immer den Benz von seinem Boss zur Inspektion. Ich warme Sie aber. Soll ganz schön hart drauf sein. Falls es hilft, in den Wagenpapieren steht was von Dutchie Street. Mehr weiß ich jetzt da auch nicht, Mann. Das war mehr als genug. Ist mir eine große Hilfe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Na dann. Okay, hat mehr gebracht, als ich gedacht hab. Bingo. Gute Arbeit. Das muss der Kerl sein. Und wir haben jetzt seine Adresse. Wie wäre es mit einem Ausflug nach London? Ich dachte schon, du fragst mich nie. Senor Marquez, kommen Sie klar hier? Das Bett ist unbequem. Aber es wird schon gehen. Kommen Sie schnell zurück. Mit dem Gemälde. Okay? Uh, ab nach London. Londoner Taxifahrer. Muss man mögen. Mhm. Das ist es. Hier rechts. Hier rechts. Um sich in London ein solches Haus leisten zu können, muss man aber irgendwas gut draufhaben. Also, wissen wir schon, wie wir das machen? Ja, wir sind Versicherungsermittler. Verstehst du? Wir wursteln uns da rein, labern Medovsky voll und horchen ihn dabei aus. Klar? Reinwurschteln? Genau. Reinwurschteln. Du weißt doch noch, wie man sich reinwurschtelt, oder, Nico? George, wie könnte ich das hier vergessen? Was ist so ein geiler Reinwurschteln? Gut. Ich fürchte nämlich, da reinzukommen wird unsere Reinwurschtel-Meisterprüfung. Das kann gut sein. Achso, okay. Dann, äh, klingen wir doch einfach. Das wäre doch das Einfachste. Hm. Keine Reaktion. Abgeschlossen. Okay. Können wir irgendwie rüberschreien? Hallöchen. Hallo. Echt jetzt? Ah. Abflug, Süße. Das hier ist Privatbesitz. Wir wollten zu Monsieur Medovsky. Ach ja? Äh. Sieht aus wie Putin. Wir müssen Mr. Medovsky geschäftlich sprechen. Wer zum Teufel sind Sie jetzt? Ich bin Nico Collar und das ist mein Kollege George Stobart. Ach, ist ja niedlich. Können Sie zählen, Schätzchen? Ja, klar. Dann ziehen Sie ab. Denn erstens, kein Schimmer, wer Sie oder Grinsebacke da sind. Zweitens, Sie haben hier absolut nichts zu suchen. Und drittens, ich mag keine Franz-Schnecken. Kompriné? Der ist ja sehr, sehr nett. Okay. Und zuerst das Hindernis. Alles klar. Ich frag mich, ob man mal die Charaktere tauschen kann mittendrin. Das wär auch cool. Hey George! Wie sieht's aus? Ernsthaft. Wie gehen wir's jetzt an? Ronny meint, Medovsky sei unser Mann. Und wenn Ronny das meint, wird's wohl so sein. Wenn Medovsky der Mörder ist. Ist Vorsicht geboten. Das Beste ist also... Ich setze meinen gallischen Charme ein? Ganz genau. Hm. Die Sprechanlage hatte ich schon ausprobiert. Keine Reaktion. Vielleicht bringt sie jetzt ja den gallischen Schaum. Ich probier's einfach noch mal. Hallo, ich schon wieder. Was wollen Sie? Arbeiten Sie für Mr. Medovsky? Nein, ich steh hier zum Vergnügen und schneid sein Grünzeug. Klar arbeite ich für ihn, Himmelherrgott. Vielleicht haben Sie mich vorhin nicht verstanden. Verschwinden Sie! Nein, 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 nein. Hallo. Was wollen Sie? Ihnen meinen Presseausweis zu zeigen, hätte meine Tarnung auflegen lassen. Ach so. Ja, okay. Dann halt... Sie kennen nicht zufällig Mr. Medovskis Fahrer, oder? Hören Sie mal auf, mich mit blöden Fragen zu nerven. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Ein letztes Mal. Hallo, ich schon wieder. Was wollen Sie? Wir müssen Mr. Medovsky unbedingt sprechen. Die Sache ist sehr dringend. Sind Sie immer noch da? Ach, verdammt. Okay, das funktioniert so nicht. Ähm... Geht's hier weiter? Nee. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ich meine, ich seh die Sprinkleranlage. Ich seh hier ein offenes Fenster, das wir nicht nutzen können. Okay. Ich seh... Okay. Der Busch war perfekt gestutzt. Es war ein Busch. Aber war es auch Kunst? Hm. Pau, wir haben ja gar nicht so viele Optionen, ne? Hey, George. Wie sieht's aus? Schon gut. Komm. Ein Torschl... Was? Ein Torschloss mit Fernsteuerung. Okay. Wir können hier sonst nichts machen. Gut, dann... Wir können hier die Hilfefunktion verwenden. Ähm... Das würde wenig Sinn machen. Ich probier's mal. Ronny wäre nicht sehr angetan gewesen. Okay. Und das macht ja wenig Sinn. Es wäre blöd gewesen, George. Ja. Ich find's gut, dass es funktioniert. Ähm... Und hier geht's wirklich nicht weiter? Übersehen wir hier irgendetwas? Gärtner, große Heckenskulptur... Hier war ein Heckenkünstler am Werk. Man, die haben ja auch keine wirklichen Items, um hier irgendwie was zu probieren. Außer das, was ich jetzt grad tue. Was wenig Sinn macht. Mit meiner Kreditkarte kriegte ich das... Der Kaugummi war gut durchgekaut und klebrig. Okay, den kriegen wir nicht mehr weg. No, das... Okay, dann... Ähm... Da ich jetzt nicht weiter weiß und ich euch nicht zu lange aufhalten will... Weil das probier ich noch, aber... Ach, macht eh keinen Sinn. Gut, dann... Gucken wir doch mal. Ähm... Was soll ich jetzt tun? Genau. Du musst irgendwie in das Haus... Sich mit dem Gärtner anzufreuen ist vermutlich die einzigste Möglichkeit, hineinzukommen. Aber ich hab ja alle Texte durch. Außer ich muss die Texte in der richtigen Reihenfolge nehmen. Kann natürlich auch sein. Der Gärtner wird sehr abweisend sein. Du musst über Dinge mit ihm sprechen, die ihn begeistern. Aber konnte ich doch nicht. Ich konnte doch nur... Okay, bevor wir den nächsten Tipp angucken, schau ich nochmal die Gespräche an. Also wir müssen ihn begeistern. Ach so, dadurch, dass... Vielleicht, weil wir uns die Pflanzen angeguckt haben. Hübscher Busch. Busch? Das ist so viel mehr als irgendein Busch. Oh, tut mir leid. Das ist Kunst, Schätzchen. Um genau zu sein, Formschnitt. Und jeder weiß ja... Formschnitt ist übertragene Ordnung. Genau. Der bildliche Beweis, dass der Mensch die Natur beherrscht. Eine Metapher des menschlichen Daseins. Schon, aber... Reicht noch nicht, wie? Nicht für die großen Fragen. Das Leben. Der Tod. Recht und Unrecht. Recht und Unrecht. Sie sagen es. Streben Sie nach höhere, Monsieur? Tag und Nacht. So ist das menschliche Dasein. Gibt es keinen Ausweg? Doch, schon. Er heißt Meditation. Kontemplation. Verstehe. Das ist unsere einzige Rettung. Da haben Sie mir ja reichlich Stoff zum Nachdenken geliefert. Gern geschehen. Kann ich gut brauchen in dieser schweren Zeit. Das freut mich, Monsieur. Ach ja. Also, das ist mein neuestes Werk. Was sagen Sie dazu? Oh. Oh. Also, das würde ja echt in die Hose gehen. Und ganz ehrlich, ich will es einfach nur testen. Na ja, ein Busch halt. Was? Wollen Sie mich ver... Oh, ja. Ich verstehe, was Sie meinen. Ceci ne pas son mêgle, wie ihr Franzosen sagen würdet. Magrits Paradoxon. Ich liebe Sie. Es ist kein Adler, sondern ein adlerförmiger Busch. Alle anderen hier sind reine Strukturalisten. Aber Sie, Sie durchschauen die Maske der Form. Ich schulde Ihnen was. Keine Ursache. Okay. So. Wissen Sie sonst noch was über Mr. Medovskys Fahrer? Nichts Interessantes, Miss. Wir müssen Mr. Medovsky geschäftlich sprechen. Wenn ich den Boss stören soll, brauche ich einen guten Grund. Er hat viel zu tun. Verstehe ich. Aber ich denke, er wird uns sprechen wollen. Was haben Sie ihm denn so unerhört Wichtiges zu sagen? Ein Gemälde, das ihm gehört, ist gestohlen worden. La Malediction. Wenn wir seinen Versicherungsanspruch rasch bearbeiten sollen, müsste er mit uns reden. Ich denke, er könnte ärgerlich werden, wenn Sie ihm nicht mal sagten, dass wir da sind. Oder? Okay, okay. Warten Sie. Ich rufe ihn mal an. Ja, immerhin. Das wäre so cool, wenn er Russisch sprechen würde. Einfach cool. Mr. Medovsky. Was? Ja, la Malediction. Ja, was denn ist er? Oder Versicherung? Ja, ja, Französisch. Ja, ja, Boss. Geil. Klar, hoch. Mach ich. Der Boss interessiert sich für Sie. Das ist nicht immer unbedingt was Gutes. Das Tor müsste offen sein. Ich bringe Sie rein. Folgen Sie mir bitte. Na, da bin ich mal gespannt. Ich persönlichke last chord. Was? Ja, das ist nicht immer plus. Vielen Dank.